so das letzte mal füchse füttern 2020 es gibt entenfleisch häse trockenfutter und diese kauborken ja man hört im hintergrund ein bisschen knallen obwohl wir hier am ende der welt wohnen also ganz klappt das nicht mit dem feuerwerksverbot mal gucken ich hatte hier schon ein bisschen trockenfutter hingetan aber da war noch niemand dran ok live und in farbe erlebt das heute mit ist immer gut ja ich frage mich wo mein wo die bleibt der war die letzten zwei tage nicht da scheinbar ist anderweitig beschäftigt so ein dickes stück noch hier hin gut der rest kommt hier oben hin irgendwas stimmt nicht momentan mit den füchsen die sind irgendwie momentan auf einer spur was ich glaube da geht es um nachwuchs ist ja gut ja noch ein bisschen fertig so das war's topf leer den stelle ich hier immer hin oben auch den stumpf da geht keiner dran und gut das war's jetzt hoffen wir mal dass wir heute nacht noch ein paar gute bilder kriegen morgen ist ein neues jahr wir werden sehen was es bringt ich hoffe das beste bin aber auf das schlimmste gefasst so tschüss schönen abend noch genießt den silvester abend aber ich lade das ding erst morgen hoch dann habt ihr den schon genossen bis dann tschüss man sieht sich an diejenigen die sich angesprochen fühlen tschüss so ich ich so ich ein und ich 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 eigentlich ich Vielen Dank. 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 Vielen Dank.